Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wieder ist ein Monat um und wieder sind wir im zweiten Mittwoch in dem Monat. Und wieder machen wir heute zwei Vorträge oder haben wir zwei Vorträge in der Reihe Industrie, Kultur, in Wort und Bild. Und ich freue mich ganz doll. Der Saal hier ist voll bis auf den letzten Platz. Nein, einer ist hier noch und da hinten sehe ich auch noch zwei Plätze frei. Also noch gehen zwei, drei Leute hier mit hinein. Und auch auf YouTube werden sicherlich der eine oder andere diesem folgen. Wir haben heute zwei Referenten. Im ersten Teil wird der Professor Biegel uns etwas zur BMA erzählen, eine Geschichte einer braunschweigischen Maschinenfabrik. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Weil diese Maschinenfabrik ist schon mehr als 150 Jahre hier bei uns in Braunschweig. Und diesen Abriss wird der Biegel in der knappen Zeit, die wir ihm gegeben haben, auch machen. Ja, und der zweite Vortrag wird der Dr. Fischer etwas über die MIMO erzählen. Das geht dann um 19.30 Uhr los. Dann werde ich dazu auch eine Einführung machen. Ich bin Horst Splett. Ich bin der Sprecher der AG Industriekultur in der braunschweigischen Landschaft. Und wir haben uns als AG Industriekultur vorgenommen, Industriegeschichte, Industriekultur sichtbar und erlebbar zu machen. Und diese Reihe ist ein Teil unseres Programms, wo wir aus verschiedenen Blickwinkeln eben die Industriekultur beleuchten. Das Bild, was hier bei diesem Vortrag mit dabei ist, ist eine Collage von einem Künstler hier aus dem westlichen Ringgebiet. Wir befinden uns hier im westlichen Ringgebiet in Braunschweig im Kuferhaus, direkt am Westbahnhof. Und dieses Bild ist eigentlich so knapp einen Meter groß. Und wenn jemand Interesse hat, diese Collage, die ist auch nicht ganz dargestellt, diese Collage käuflich zu erwerben, der Künstler verkauft die Bilder auch. Sie können sich dann an mich wenden. Ich vermittle das gerne. Herr Biegel, ich habe jetzt meine Vorrede sehr eingekürzt. Ich würde Sie bitten, zu mir zu kommen, damit Sie mit Ihrem Vortrag beginnen können. Danke. Ich hoffe, dass es die richtige Datei ist. Ich warte es mal. Ja. Zwei, drei Wörter noch zu Ihrer Person. Sie waren im Landesmuseum. Sie waren, Sie sind Historiker. Sie sind Gründungsmitglied in der Universität von dem, wie heißt das, Geschichte, Braunschweigische Geschichte. Aber Sie werden das bestimmt gleich selber sowieso ganz genau erzählen. Und eigentlich sind Sie auch schon seit längerem Rentner. Aber Sie sind total im Unruhestand. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns sind und uns von der BMA etwas erzählen. Herr Biegel, Sie haben das Wort. Präsenter rechts daneben unterunter liegt auch noch ein grüner Leser zum Zeigen. Danke. Ich hoffe, das ist an. Gut. Ja, bei dieser Technik, da warte ich immer ab, bis es begonnen hat. Vielen Dank für die nette Einführung, die natürlich nicht über meine Person von mir gesprochen wird. Ich werde weder sagen, dass ich kein Rentner bin, sondern Pronsonär. Das ist ja wichtig. Sonst wäre ich ja vorher arbeitend gewesen, aber ich war Beamter. Und insofern also ist das ganz wesentlich. Und das Zweite, Universität. Ich bin nach wie vor am Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsermittlung als Gründungsdirektor tätig. Und in gleicher Weise, ich sage das jetzt einfach mal, weil er es jedes Mal überhaupt vergisst zu sagen, als Museumsdirektor war ich natürlich im Amt, aber seit 53 Jahren bin ich im Ehrenamt auch in der Lehre an den Universitäten tätig. Das kann man eigentlich sehen. Deswegen bin ich immer noch dabei. Und heute werde ich also wieder einen Vortrag halten, obwohl ich krank geschrieben bin. Das muss ich dazu sagen. Aber ich denke, dass wir das alles richtig hinkriegen. Und ich hoffe auch, dass hier auf der Leinwand die richtige Präsentation drauf ist. Das kommt mir im Moment noch nicht so ganz koscher vor, aber wir werden es gleich noch sehen. Sonst kriege ich noch mal eine Hilfe, um eventuell noch etwas anders anzuschauen. Es waren in vielen Ankündigungen, das muss ich gleich dazu sagen, es waren in vielen Ankündigungen von 150 Jahren BMA der Fall. Ich habe das gelesen, ich war auch erstaunt, denn das habe ich vor 20 Jahren gehalten. Beziehungsweise vor 20 Jahren habe ich dazu geschrieben, als das Jubiläum tatsächlich der Fall war. Und heute geht es natürlich über die Geschichte der BMA, aber nicht über 150, sondern eben 169 Jahre. Und das in der Zeit, die mir hier aufgezwungen wurde, werde ich lediglich versuchen, werde ich lediglich versuchen, dass dies auch tatsächlich gelingt. Und jetzt werde ich schauen, ob das tatsächlich das Richtige auch ist heute Abend. Denn eines ist klar, wenn mehr als 150 Jahre, genau also 169 Jahre, eine Industrieproduktion, also ein Industriewerk, eine Industriefirma, an einem Standort, zunächst regional, dann national, dann europäisch, dann global in einer unglaublichen Weise sich entwickelt hat und immer noch besteht, mit vielem Auf und Ab, mit vielen Brüchen dazwischen, dann ist das schon eine Besonderheit. Und Sie können das ja durchaus einmal versuchen nachzuschauen. Heute gibt es ja keine Lexika mehr, in denen man etwas Vernünftiges finden kann. Aber dafür gibt es ja Wikipedia, in die alle glauben, dass es vernünftig wäre. Aber Sie finden dort keinerlei Hinweise darüber, welche Firma, welches Werk, also ein industrieproduzierendes Werk, in Niedersachsen das älteste ist. Wenn ich Gewerbe an sich, wie etwa auch Fürstenberg nehme, die sind älter. Aber das ist keine Industrieproduktion. Die BMA, und deswegen ist die mir so ans Herz gewachsen, seit ich in Braunschweig bin, die BMA ist durchgehend in der Industrie maßgeblich erst durch die neue Mobilität bedingt und dann durch eine Spezialisierung, die sich auch aus dieser Entwicklung ergeben hat, in ganz besonderer Weise in Gang gesetzt. Das ist sehr nett, ja, danke. Jetzt habe ich noch was, worüber ich fallen kann, aber dann hat es sich wenigstens gelohnt. Habe ich nasse Füße, aber ihr habt dann Durst. In dieser Weise ist tatsächlich die BMA, die Braunschweigische Maschinenbauanstalt, mit ihren Gründungslegenden, mit dem Gründungsdatum 12. April 1853, dass für mein Wissen, mein bescheidenes Wissen, bisher gültig, in unserer Region auf jeden Fall, in Niedersachsen und wahrscheinlich auch Norddeutschland insgesamt, die älteste Industriefabrik, die noch am gleichen Standort bis heute produziert. Und das ist eigentlich schon etwas, ich muss dazu sagen, warum das nicht in allen Schriften der Stadt Braunschweig als ein Alleinstellungsmerkmal für eine wirtschaftliche, industrielle Standortsituation gegeben ist, das brauche ich nicht zu verstehen, aber es ist ja auch nicht notwendig, dass man deutlich sagt, was wir in Braunschweig haben, weil dann alle sagen, nee, nee, wir haben doch Wolfsburg. Also, es hat begonnen im 19. Jahrhundert mit der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt, ich sage jetzt das bewusst mit dem Namen, von denen ja viele heute Abend hier sind, die einst dort tätig waren. Ich habe da vorhin schon wieder Gesichter gesehen, die ich noch von der 150-Jahr-Feier in Erinnerung hatte. Und, ja, die waren gleich überrascht, dass ich das auch noch gemerkt habe. Nicht? Das war also auf jeden Fall, ich erinnere mich da eben sehr gerne dran. Nur der Herr Speth hat so nicht gemerkt, dass wir die 150 Jahre überschritten hatten und deswegen über die BMA insgesamt heute reden wollen. Und wie war dieses Braunschweig damals? Damit möchte ich zunächst einmal ganz bescheiden beginnen, um dies sozusagen erst einmal erkennbar zu machen, wenn meine Angabe dieses Weckers überhaupt mal funktioniert, sodass sie auch so bleibt. Damit weiß ich auch, wie lange ich nicht mehr reden darf. Und aus dieser Zeit habe ich einmal zwei Stimmen herausgesucht, literarische Stimmen natürlich Erinnerungen. Und man sollte es nicht glauben, dass sich die Provinzen so streng absondern könnten, aber der Braunschweiger scheint sich wirklich ein abgeschlossenes Individuum. Der Harz ist die letzte Anstrengung, Deutschland vor dem Meere zu retten, um ihn herum als seinen näheren oder ferneren Vorposten sind die Braunschweiger gelagert. Hüter der Erde, Verteidiger des reellen Bodens, Leute, welche fest auf ihren Füßen stehen. Der Braunschweigische Stamm gehört zu den ehesten in Deutschland. Starke Muskeln, solider Knochenbau, kalter, zweifelloser Mut, rücksichtslose Grobheit, das ist klar, sie sind das unveräußerliche Eigentum dieser Welfen. Und so hat sich ein strenges, plumpes Selbstgefühl vom Vater auf den Sohn geerbt, das jeder Einzelne mit einer gewissen inneren Zuverlässigkeit dem Fremden imponiert. Braunschweig ist massiv. Früher war es die Hauptstadt des deutschen Nordens, der Mittelpunkt des Verkehrs, eine rauhe, starke Stimme unter den deutschen Reichsstädten. Der Braunschweiger Bürger weiß vielleicht heute nichts mehr davon, aber er gebärdet sich noch also. Das war immerhin Heinrich Laube, der führende Publizist des Vormärz. Was hätte der noch geschrieben, wenn er mitbekommen hätte, mit welcher qualvollen Hysterie man heute darüber nachdenkt, wie denn diese Region heißen kann? Ich sage dazu nichts. Dann braucht man dazu auch keine Antworten zu geben. Ich sage nur, wann wurde eigentlich Wolfsburg begründet und wann wurde Braunschweig begründet. Dagegen hat in der damaligen Zeit der hauptamtliche Stadtarchivar, der erste Überhaupt und Freund Wilhelm Rabes, Ludwig Hänselmann, geschrieben, den Grazin und Musen ist der angestammte Genius Braunschweigs nie sonderlich zugetan gewesen. Mit ausgesprochener Vorliebe hat er sich von jeher an das einleuchtend Nützliche und handhaft Vergnügliche gehalten. Seine folgwürdigen Kinder, sagte Leisewitz wohl, speisten viel Wurst, tranken viel Mumme, trieben Handel und Wandel und wegen alles Übrigen machten sie sich wenig Gedanken. Es hat sich nichts geändert. Sein Habitus, ja, es ist nicht mehr Munus Wolters, aber es spielt doch keine Rolle. Flasche bleibt Flasche. Sein Habitus war immer etwas apathisch und apoplektisch. Einmal zwar musste er es eben leiden, dass ein höherer Wille fremde Geister heranzog, die seinen Bann brachen, ihren Göttern hier Tempel erbauten und Heine anpflanzten, ein abtrünniges Häuflein der Seinigen in den Hochflug ihres eigenen Enthusiasmus hinanrissen. Das war zu jener Zeit, als über Braunschweig die Morgenröte unserer klassischen Dichtung sozusagen aus allernächster Nähe heraufstieg. Als Leisemitz hier lebte und Lessing hier ein häufiger Gast war, als die Jerusalem-Gärtner Zacharia, die Ebert und Eschenburg, das junge Kollegium Carolinum zur vollen Höhe seiner ersten Bestimmung erhoben und weiter dann weit über den Bereich ihres amtlichen Wirkens hinaus eine Fülle von Anregungen ausstreuten. Und nunmehr im ersten und bis in das zweite Jahrzehnt des durchlauchtigsten deutschen Bundes war der Spiritus verflogen, das Fleck mal geblieben und Braunschweig ungefähr wieder das, was ist von Haus aus gewesen. Eine Feakenstadt, sagten die Zierlichen und Milken, ein banausisches Nest, die Unumwundenen. In Summe, zu Braunschweig war damals nicht gut wohnend für solche, deren Trachten sich über das Gemeingültige hinausschwang. Also eine eigenartige Stadt jenes Braunschweig, das sich erst mühsam anschickte, zukünftig Großstadt zu werden. Als die Herren Schöttler, Seele, Pommer und Hasenbalg am 12. April 1853 im Hause des herzoglich-braunschweigischen Notars Otto Häusler den Gesellschaftsvertrag, Zitat, Berufsanlage und Betrieb einer Maschinen- und Wagenbauanstalt, welche die Firma F.Seele & Company führen sollte, unterzeichneten, stand ihnen sicherlich dieses eher geisteswissenschaftlich-literarisch bestimmte Bild Braunschweigs nicht vor Augen. Die Realität war vielmehr ein rasch sich veränderndes Zentrum der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Mitte Deutschlands, dessen innovative Risikobereitschaft bestimmt war durch unternehmerischen Wagemut und staatlichen Weitblick. Das hört sich doch schon ganz anders an. Tatsächlich war Braunschweig und die Region Braunschweig, überhaupt das Braunschweiger Land, damals in einem enormen wirtschaftlichen Wandel. Das Zeitalter der Industrialisierung brachte in Europa einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umschwung mit sich, dessen Auswirkungen noch im letzten Jahrhundert spürbar waren. Ausgangspunkt war England und im Begriff der industriellen Revolution spiegelt sich wieder, wie tiefgreifend der Wandel tatsächlich gewesen ist. Voraussetzung für eine moderne Wirtschaftsentwicklung in Deutschland waren die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen, die eine Überwindung der ständischen Bindungen der vorindustriellen Zeit ermöglichten. Durch den Deutschen Zollverein, dem das Herzogtum Braunschweig bereits 1841 beigetreten war, da haben die Hannoveraner noch nicht gewusst, was das ist, hatte Deutschland ein einheitliches Wirtschaftsgebiet erhalten. 1869 wurde schließlich auch in Braunschweig die volle uneingeschränkte Gewerbefreiheit eingeführt und insgesamt setzte der Industrialisierungsprozess im Herzogtum Braunschweig, bei dem Sie ja unschwer erkennen können, wie dieses Herzogtum zersplittert sich da unten darstellt. Jetzt muss ich ja dieses grüne Ding da benutzen. Wo ist es denn jetzt? Wenn die Batterie funktioniert. Da ist es. Das ist Braunschweig, nicht das. Das wäre schön, aber naja, dann müssten wir nicht so viel diskutieren. Hier unten zersplittert, irgendwo da oben müssen wir noch Tetinghausen sehen, hier drüben Karl Förde, das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Es geht ja einfach nur darum, das ist unser Braunschweig und um mehr wollen wir uns da gar nicht mehr oder weniger unterhalten. Aber es war eben in der Industrialisierung wie überhaupt in großen Teilen Deutschlands etwas später, als England das schon hatte. Sie dürfen auch nicht vergessen, England und Frankreich waren zu dem Zeitpunkt bereits massive Kolonialstaaten. Da dachte ja Deutschland überhaupt erst darüber nach, eine einheitliche Nation zu werden. Insofern ist das durchaus erklärbar. Aber ein wichtiger Faktor, der die Industrialisierung überhaupt mitbestimmte und voranbrachte, das war eben das, was wir so allgemein gerne mit dem Begriff der neuen Mobilität verbinden. Das habe ich beim letzten Vortrag etwas ausführlicher behandelt. Jetzt erwähne ich es nur noch mal. Aber es ist eben notwendig, auch für unsere Thematik notwendig. Damit verbunden ist nämlich die Tatsache, dass wir mit der ersten deutschen Staatseisenbahn eine wesentliche Voraussetzung hatten für diese neue Mobilität. Drei Jahre nach Nürnberg-Fürth, dem Freizeitzug, war es hier bereits dann eigentlich die Idee, von Braunschweig bis in die Seehäfen Bremen und Hamburg mit einer Eisenbahn zu fahren. Das ging zunächst noch nicht, weil dies Hannover nicht für seine Interessen für gut befindlich ansah. Und deswegen hatte man dann Herrn von Amsbergs Plan reduziert und ist dann über Braunschweig in den Harz orientiert gewesen. 1838, am 1. Dezember, hatte dies begonnen. Braunschweig-Wolfenbüttel, damit fing es an. Die spätere Strecke ging nach Neustadt, dem heutigen Bad Harzburg. Sie wissen das alle sehr genau. Es war eine Erfolgsgeschichte schlechthin, als Herzog Wilhelm am 1.12.1838 die Eröffnungspfad unternahm. Natürlich misstrauisch gegenüber einem solchen Gefährt hatte er einen eigenen Wagen angehängt, einen Flachwagen, auf dem er seine Kutsche verankert hatte. Und er saß in seiner Kutsche, ist also gewohnt gefahren und nicht auf einer Eisenstraße gerollt. Zumindest in seiner Vorstellung ein wunderbares Bild. Man kann Legenden daraus machen. Zwischen dem 1.12.1838 und dem 30.04. wurden auf dieser Strecke vor allen Dingen zum Wolfenbüttler Kaffeehaus 105.159 Personen befördert. Während der Sommermesse wurde sogar achtmal am Tag gefahren. Also fast mehr noch, als die Busse heute bis Wolfenbüttel es schaffen. Man hat ja extra die Straßenbahn abgeschafft, damit man nicht mehr so modern fährt. Aber das ist ein anderes Thema. Im August 1840 wurde dann die Gestammtstrecke frei bis auf den Teil von Fienenburg beschlaten. Das war ja Hannoveraner Gebiet, also eines von diesen Zwischenstücken. Die waren noch dagegen, aber als dann immer mit Pferdekutschen gezogen die Fahrgäste nach Schraten gebracht werden mussten, diese Omnibusse, wie sie damals genannt wurden, da waren die Verschleißspuren auf den Straßen Hannovers so hoch, dass die Kosten die Rentabilität übertrafen. Und dann hat Hannover auch gesagt, wir machen jetzt doch diese Eisenbahn nach Bad Harzburg mit. Und da kam es dann zum Schluss dieser ganzen Geschichte. Der Hintergrund ist im Grunde genommen, ich habe das jetzt noch mal ein bisschen näher erzählt, weil wir gleich auch mit dem Bahnhof einen direkten Weg auch hin zur BMA haben. Aber wir müssen ja diese Gesamtsituation überhaupt kennenlernen, auch verstehen, wie die BMA überhaupt ins Gespräch kam, wie sie ins Geschäft kam. Und wenn wir diese Zusammenhänge drumherum nicht wissen, nach dem Harz zu fahren war nicht wegen dem kommenden Tourismus, sondern in den Harz zu fahren war wegen dem Rohstoffvorkommen. Harzbergbau, Braunkohlefunde bei Helmstedt, die Kalifunde im Gebiet Wolfenbüttelsalzvorkommen und eine gute Bodenbeschaffenheit hatten ja alles damals als Voraussetzungen für eine Entwicklung. Vor allen Dingen auch mit der Umstellung der Landwirtschaft vom extensiven Getreide zum intensiven Zuckerrüben- und Gemüseanbau. Das wiederum hatte ja, das habe ich beim letzten Mal erzählt, zur Folge, dass man plötzlich in der Zusammenarbeit mit der TU, also Technologietransfer bedingt, dann auch zur Konservierung von Lebensmitteln kam, vor allen Dingen Spargel, und die dann weit vertreiben konnten. Und dann hatten wir in Braunschweig praktisch bis Ende des Jahres, im Braunschweiger Land, also bis Ende des Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert über 50 Konservenfabriken, also riesige Bestände. Und daraus eine der größten, die habe ich zumindest noch mal zur Andeutung mitgenommen, das war natürlich die Firma von Johann Andreas Schmalbauch, in den 1870er Jahren gegründet. Das war eine Gründung mit Erfolgsgeschichte, auch einer Großindustrie, um das so zu sagen. Zu dem Zeitpunkt war die BMA aber bereits lange im Gange. 1871 sogar zur Aktiengesellschaft bereits geworden und dann den Namen Braunschweiger Maschinenbauanstalt getragen. Zuvor aber haben eben durch diese Veränderung der Landwirtschaft, diese extensive, so intensiven Landwirtschaft, die hat nun letzten Endes natürlich eine Folge gehabt. Da, wo produziert wurde, auch in der Erde, da musste man mit Maschinen alles verbessern. Aber da, wo Maschinen gebraucht wurden, die holte man nicht in Polen oder in Italien oder in Spanien, sondern die holte man oder baute man am Ort, dort, wo die Leute saßen, A, die die Region kannten und die die kürzesten Wege hatten zu ihren Maschinen. Auch wegen des späteren Service. Und so entstand eben als dritte große Säule der Braunschweiger Wirtschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor dem extensiven oder intensiven Höhepunkt der Industrialisierung eben diese Maschinenbaugeschichte an sich. Ebenso wie natürlich die Frage der Zuckerrüben und der Zuckerfabriken, der Zuckerraffinerien sich damals entwickelt haben. Und eine der ersten, 1857, hatte der Kaufmann Hermann Buchler im westlichen Ringgebiet die Zuckerraffinerie Braunschweig AG gegründet. Nachdem 1861 der Deutsche Zollverein Ausfuhrprämien beschlossen hatte, erlebte der Zuckerrübenanbau einen weiteren Boom. Hierdurch wurden eine ganze Reihe zuckerverarbeitender Fabriken im Braunschweiger Land, Salzdalum, Rautheim, Preuzem und, 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 und begründet. Und durch den erhöhten Bedarf der Zuckerindustrie an Maschinen wurde auch dieser Industriezweig gefördert. Aber, dazu zählte eben noch eine weitere Einrichtung, die ich im Vorfeld quasi erwähnen möchte. Sie haben ja alle Zeit heute Abend, ich weiß das, ja. Das ist eben die Tatsache gewesen, die ganz wesentlich für Entwicklung der Industrie und auch das Wissen um die Industrie gefördert hat, eben wiederum Technologietransfer. Das war natürlich das Kollegium Carolinum zur Entwicklung zur Polytechnischen Schule. und dann später Technische Hochschule. Diese Entwicklung auch des Kollegium Carolinum ist im Grunde genommen ein sichtbarer Beweis für die rasante Entwicklung der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Braunschweiger Land und natürlich in Braunschweig. Mit vielen Unternehmern, auch die, die dann keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft aufwiesen, Grimme, Natalis und Co., also später dann Brunswieger, aber auch die Pianoforte-Industrie, Unternehmerpersönlichkeiten, wie eben auch die Gründer der BMA, die ich erwähnt habe, Eduard Viehweg, Verlagswägen, George Westermann im Verlagswesen, weil er die Tochter Viehweg heiraten wollte. Da musste er seinen Verlag nicht wie er vorhat in Leipzig, sondern in Braunschweig gründen. Johann Andreas Schmalbauch haben wir gerade kennengelernt, Georg Friedrich, Karl Grotrian, Wilhelm Schimmel, später noch Max Jüdel, Albert Natalis und Heinrich Büssing zu erwähnen. Das war letzten Endes dieser Personenkreis im weitesten Sinne auch familienbetriebene Unternehmen in der damaligen Zeit, die die Stadt und Region Braunschweig in ihrer Entwicklung dahingehend bestimmten, dass sie eine der wichtigsten Industrie- und Wirtschaftsstandorte in Deutschland damals geworden ist. Das denkt man heute gar nicht so drüber nach. Das war einer der Großen. Nicht nur das Rheinland, der Ruhrpott war etwas Entscheidendes. Es war die zweite große Wirtschaftsregion überhaupt. Das war in Braunschweig. Der zweitgrößte Messeplatz nach Frankfurt. Da hat man sich ständig gestritten zwischen Leipzig und Braunschweig. In dem Kampf hat man dann sogar Ehrenbürger eingeführt. Darauf kommen wir ganz am Ende nochmal in einem anderen Zusammenhang. Und beispielhaft für diese gesamte industrielle Entwicklung ist eben die Geschichte der BMA seit 1853. Ich habe schon gesagt, Seele, Schöttler, Pomer, Hasenbalk, der 12. April 1853. Da haben sie sich eben zusammengefunden. Und zwar haben sie sich zusammengefunden, Zitat, Zur Errichtung einer Eisenbahnwagenbauanstalt, Maschinenfabrik und Eisengießerei, um den Nutzen aus den Betriebe eines solchen Etablissements für sich und das engere Vaterland zu gewinnen. Also, wir haben die Grundlage für die Expansion der braunschweigischen Eisenbahn, der herzoglichen braunschweigischen Eisenbahn und überhaupt der Eisenbahnmobilität von Braunschweig aus gesehen, die ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Belgien das dichteste Eisenbahnnetz überhaupt verfügte. Das waren diese Dinge. Und dazu die Ausbreitung der Rübenzuckerfabrikation. Und ausgegangen zu sein, scheint diese ganze Entwicklung, die sich mit Friedrich Seele und Co. also mit diesem Bild her, habe ich das nochmal signalisiert, beschäftigt. Das war letzten Endes eben Friedrich Seele, der in den 1840er Jahren die Schmiede seines Vaters in der Echternstraße, da muss man es auch nochmal kurz schon mal anschauen, so etwa sah diese Schmiede aus, betrieben hatte. Die sich mehrenden Aufträge dabei der Eisenbahn zwangen ihn zur Expansionsüberlegung, um dem Bedarf noch gerecht zu werden. Und so verkaufte er eben diese Werkstatträume in der Echternstraße und erwarb zwei zusammenhängende Grundstücke an der Eisenbüttler Straße vor dem Wilhelmi-Tor. Beraten wurde er von Stadtrat Friedrich Seele. Nein, das war jetzt falsch. Beraten wurde er dann auch noch von Friedrich Lorenz Schöttler, der ebenfalls Stadtrat war, dann von Christian Pommer, dem Werkstattkontrolleur Wilhelm Hasenbalg und dem Gutsbesitzer Friedrich Ludwig Schöttler, die ich ja nun alle vier schon einmal genannt habe. Also Seele ist nur ein Seele. Nicht, dass er doppelt wäre. Das war jetzt ein Missverständnis, weil ich so ein bisschen frei von meinem Manuskript versuche, alles einzuholen, was mir in der Kürzung der Zeit durch Herrn Splett wieder mal angetan wurde. Nach einer Stunde Aufwärmphase fängt erst das Interessante der Erzählungen an. Das ist das Problem. Und das muss ich ja, hier oben ist es einem schon warm. Schöttler war in Osterode geboren, hatte 1846 in Magdeburg eine Maschinenfabrik gegründet, die er nach erfolgreichem Start aufgab, um als Gutsbesitzer im kurhessischen Maxhausen zu leben. Zunächst sozusagen stiller Teilhaber, war Schöttler jedoch besonders an der Zuckerindustrie interessiert, wie sich im weiteren Verlauf der Firmengeschichte deutlich zeigte. 1864 übersiedelte er nach Braunschweig, wo er 1859 vom Investor zum Teilhaber der Firma geworden war. Hatte sich Seele vor allem auch im Rat der Stadt Braunschweig bis hin zum gewählten Stadtrat engagiert, war Schöttler zunächst national-liberaler Reichstagsabgeordneter, ab 1868 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Braunschweig und 1874 bis 1876 Landtagsabgeordneter im Braunschweiglandtag. Das war übrigens eine der ganz großen und immer wieder zu erwähnenden Besonderheiten. Die großen Wissenschaftler vom Collegium Carolinum, ebenso wie die Unternehmer in der Stadt, hatten fast alle einen ehrenamtlichen Stadtratsposten oder sogar als Stadtrat für eine Abteilung zuständig, ehrenamtlich als Fachleute geführt. Über die Besetzung unseres Rates heute gebe ich keinerlei Worte ab. Als er starb und er war zu dem Zeitpunkt in verantwortungsvoller Position und hat die rasante Entwicklung Braunschweig zur Großstadt 1890 auch eben in diesem Ehrenamt miterlebt und mitgetragen. Da wurde er auf dem Magnifriedhof beigesetzt. Ich kann dir nur sagen, man geht an seinem Grabstein immer wieder vorbei, wenn man nur einen kleinen Spaziergang dort macht. Ich will Sie aber mal darauf hinweisen. Nutzen Sie die Gelegenheit, tatsächlich das mal sich anzuschauen, denn man glaubt es ja kaum. Was habe ich hier jetzt wieder dazwischen? Ach, die Schmiedin, das haben wir ja schon mal jetzt gehabt. Ach, das waren die vier. Jetzt weiß ich, dass doch das falsche Programm läuft. Aber ich kriege es hin, keine Sorge. Das ist der Grabstein, der Monolith, mit diesem auf die Spitze gestellte, sozusagen, wie soll man das ausdrücken, auf die Spitze gestellte Würfel. Und auf diesem Würfel ist dann oben, also kann man das von hier so ein bisschen signalisieren, hier ist die Schrift dann Schöttler Friedrich enthalten. Aber das jetzt nur mal als kleinen Hinweis. Diese vier Persönlichkeiten hatten eben, wie schon mehrfach erwähnt, am 12. April diesen Vertrag geschlossen in der Privatwohnung von Seele und dann am 20. April war diese Urkunde vom Staat am 20. April 1853 dann erteilt worden. Und das war der Grundstein zur heutigen braunschweigischen Maschinenbauanstalt. Ich habe diese beiden Skizzen, die sehr, sehr schön sind, noch einmal als Beispiel genommen. Sie zeigten nämlich ein wichtiges Element. Der Ausgangspunkt der Idee der Firma war, nahe gelegen an dem damals ersten Bahnhof in Mitteldeutschland, nämlich dem Braunschweiger Bahnhof, den Ottmar errichtet hatte. Es ist ja schon der zweite, nicht? Dann außerhalb in der Frankfurter Straße etwa orientiert, dann eine solche Fabrik, die eben für die Bahn arbeiten sollte, dann entsprechend zu errichten. Hier sieht man es bei dieser Darstellung noch etwas deutlicher. Die ist etwas gefälliger. Diese beiden Zeichnungen habe ich ganz bewusst ausgewählt, um das noch einmal sinnvoll zu verdeutlichen. Denn die ganze Einrichtung des Etablissements galt im Wesentlichen der Fabrikation von Eisenbahnwagen und die Maschinenwerkstätte sollte zunächst nur für Reparaturen und Ergänzungen der Maschinerien der damals existierenden wenigen Fabriken der Stadt und des Landes tätig werden. So haben sie das also benannt. Hier so ein Blick in den Maschinenbau aus dem Jahre 1870. Und dieses Feld war noch viel interessanter, als man merkte, Eisenbahn ist zwar en vogue, aber das können alle. 1863 hatte man das nämlich schon bereits bemerkt, bemerkt zehn Jahre nach der Arbeit als Eisenbahnwerkstätte und hat dann den letzten Eisenbahnwagen ausgeliefert. Der Maschinenbau an sich, deswegen dieser Blick in die Halle, der Maschinenbau an sich war viel lukrativer. Vor allem waren Maschinen und Apparate für die Rübenzuckerindustrie gefragt. Und sie boten der Firma eine hervorragende Expansionschance und schufen für die deutsche Wirtschaft bedeutende Impulse. Die gingen von hier aus. Nicht Impulse der deutschen Wirtschaft, der Landwirtschaft oder der Maschinenbauwirtschaft nach Braunschweig, sondern von hier. Leute wie Schöttler zum Beispiel, die haben auch privat noch chemische Entwicklungen studiert, um neues Saatgut zu entwickeln und, 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 und. Wenn man diese frühen Einzelheiten, um diese Bedeutung, die Wirkungsmächtigkeit der BMA wirklich zu verdeutlichen, erzählen will, dann reicht ein Vortrag nicht. Also ich mache das deswegen heute nicht in dem Detail, aber Sie sollen das einfach mal sehen, weil dieser grundlegende Wandel ja eben ein Wandel war, der nicht nur jetzt einfach ein Unternehmen darstellte, sondern es war ein Unternehmen mit einer Ideologie der Notwendigkeit, Zukunft zu denken und nicht Gegenwart zu verdienen, um aus Vergangenheit Erfahrungen zu sammeln. Das ist nicht mehr ingewiesen damals, wie das heute heißen würde, sondern es war der Gedanke, was bringt die Zukunft. Die Zukunft brachte eben in diesem Fall vor allen Dingen den Impuls, man müsse schlüsselfertige Industrieanlagen für die Zuckerfabrikation insgesamt schaffen. Nicht jetzt ein Detail dafür, ein Detail dafür eine neue Kerneinrichtung, etwa im Diffusionsverfahren oder anderes, das ja auch erst noch entwickelt werden musste, sondern eigentlich müsste man das zusammenfassen und aus einem Haus muss alles kommen, von der kleinsten Schraube bis zur größten Einrichtung und eine der ersten, die das dann tatsächlich in der Region war, die als Zuckerfabrik komplett von der BMA gebaut worden sind, war unter anderem dann in den 1860er Jahren die Zuckerfabrik Barum, die ich hier genommen habe. Womit ich gleichzeitig dazu sagen muss, alle anderen, die es auch gab und gibt, die habe ich nicht vergessen, aber ich darf ja nicht. Mit dieser frühen Umstellung und Spezialisierung aber der Produktion vor dem Hintergrund der einheimischen Rübenzuckerindustrie wurde auch der Weg zum verstärkten Export geebnet. Jetzt muss man sich einfach das nochmal vor Augen führen. Wir haben zwei Grundelemente, die die Wirtschaft bestimmten. Das eine war ein Rüben und das andere war Spargel. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Auf die Idee käme man ja gar nicht. Darauf kommen die Bayern, darauf kommen die Pfälzer, die am Oberrhein gelegenen Schwetzingen und so. Die glauben ja alle, sie haben das erfunden mit dem Spargel zum Beispiel. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Hier war das erste nach Stuttgart im Hofgarten, war das erste kommerziell aufgearbeitete Spargelfeld überhaupt in der deutschen Geschichte angelegt worden. Und zwar interessanterweise im Sand des Siegfried-Viertels. Da ging das aus, was heute als größtes deutsches Spargelangebaugebiet Richtung Nienburg zusammengewachsen ist. Und die Spargelgeschichten, die waren nur deswegen möglich in diesem Erfolg, weil damit eben die Technik der Konservierung des Eindosens und dann des Transportes über die Eisenbahn von hier ausgegangen war. Fachentrap war der Professor am Collegium Carolinum, damit wir wenigstens alle Namen mal nennen. Und das zweite war dann eben der Rübenzucker mit Absatzzahlen, die also enorm waren und dann eben sich in entsprechender Weise auch enorm niedergeschlagen haben. Etwa auch im Beispiel der Rübenzucker. Nein, das hatte ich jetzt eben schon gezeigt gehabt. Das war Barum. Ja, ja, ich sagte ja, es gibt hier so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt nicht ganz übereinstimmen, was die Bilder angeht. Ich merke es aber. Vor allen Dingen war es eine Besonderheit für die Firma Seele & Company, in der sie die führende Position im Deutschen Reich gewonnen hatten, nämlich aus den, ich sage das jetzt etwas despektierlich, den Basteleien ihrer enorm motivierten Mitarbeiter, aber auch der Chefs im Einzelnen, nämlich dann unter anderem zum Beispiel der Bau von Diffusionsanlagen. Die Firma Seele & Company hat damit die führende Position im Deutschen Reich damals erlangt. Mehr als ein Drittel aller deutschen Diffusionsanlagen zwischen 1864 und 1887 kamen aus den Werkhallen an der Eisenbüttler Straße. In Barum arbeiteten auch die ersten klassischen Diffusionsbatterien. Hier wurde erstmals der arabische Rapid-Apparat eingebaut. Jedoch benötigte man außerdem eigene Entwicklungs- und Probemöglichkeiten. Und um das zu realisieren, was im Moment in der Fabrik selbst nicht möglich war, hatte Schöttler für weitere Versuche eine stillgelegte Zuckerfabrik in Einbeck aufgekauft. Und die Expansion von Firma und Produktion führte dann tatsächlich eben zu einer Blütezeit der Firmengeschichte. Hier so ein Blick zu dieser Diffusionsbatterie, die jetzt allerdings 1910, die Zuckerfabrik Rautheim, die ich gerade erwähnt hatte, und dann eben die alte Schmiede der BMA 1870. Das ist einfach so liebevoll gezeichnet, dass ich gar kein Foto gesucht habe. Ich finde das viel, viel schöner. Und das Ganze war eben so in der Sache erfolgreich. Der Höhepunkt, die Glanzzeit für die Firma Seele Company war zwischen 1870 und 1914. Da ist es anzusetzen, dieser Höhepunkt an sich. Und der führte eben dazu, dass man am 1. April 1870 eine Aktiengesellschaft daraus gemacht hatte, mit einem Aktienkapital von 250.000 Thalern. Und von dem Zeitpunkt an, Sie können es hier genau lesen, Braunschweigische Maschinenbauanstalt. So ist sie eben benannt. Und sie zeigt damit auch, es ist keine Stadtbraunschweiger Anlage und Fabrik, sondern eine Landbraunschweigische Anlage. Sonst hätte sie ja geheißen, Braunschweiger Maschinenbauanstalt. Nein, sie war braunschweigisch. Und es war der Export der Industrie von Braunschweig in die Welt, der damit verbunden war, neben der Konservengeschichte, die natürlich jetzt keine Rolle mehr spielt. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft schuf entscheidende Voraussetzungen für eine Erhöhung der Produktivität sowie die Ausweitung des Exportes, der für die weitere Entwicklung der BMA grundlegend war. Schon in den 1870er Jahren betrug die Exportquote bis zu 85% des Gesamtumsatzes. Das heißt also, nicht vor Ort war das geblieben, sondern das ist also tatsächlich in dieser Form in die ganze Welt schon damals gegangen, wesentlich daran zu erinnern. Global wirtschaftlich angelegt war die Firma in Braunschweig mit einem soliden regionalen Standortmanagement gelang es, eine Globalisierungsstrategie zu realisieren, wie sie ansonsten des Anfang des 20. Jahrhunderts in Braunschweig nur noch eine zweite Fabrik erreicht hatte und das war die Rechenmaschinenfabrik Brunsviga. Fast alle für eine Zuckerfabrik notwendigen Apparate und Anlagen konnten im eigenen Werk hergestellt werden und neu entwickelte Technologien aus der BMA ermöglichten in den Zuckerfabriken eine deutlich erhöhte Wirtschaftlichkeit. Ein weiteres Geheimnis des Firmenerfolges war der systematische Technologietransfer, über den ich ja schon Andeutungen gemacht hatte. Besonders erfolgreich war dabei das von der BMA favorisierte und ständig weiterentwickelte Diffusionsverfahren. Wenn die BMA bis heute weit mehr als weit über 400 komplette Zuckerfabriken und Zuckerraffinerien weltweit ausgeliefert und aufgebaut und errichtet hatte, so bestätigt dies den soliden Aufbau der Firma nach 1870 noch nachträglich. Und der Zeit ist ja für 2023, so war zumindest aus den hausinternen Nachrichten zu lesen, ja sogar zum allerersten Mal für die BMA eine komplette Zuckerraffinerie im Oman, die dort errichtet wird. Also mittendrin und doch weit von uns entfernt, geht auch die Zukunft bereits wieder in Soll-Diese-Bahnen weiter. Ich finde das wunderbar, dass man sich das auch noch einmal in seinem Vortrag so deutlich machen kann. Zwischen 1858 Barum und 1877 waren in den ersten 25 Jahren der Firmengeschichte bereits 41 Zuckerfabrikneuanlagen fertiggestellt worden, darunter 1871 eine Diffusionsfabrik in Kalifornien. Damit wurde auch die Krisenzeit seit 1885 gut überstanden und die Weltmarktexpansion setzte sich fort. Zwischen 1907 und 1911, ach ich habe es draufgeschrieben, jetzt kann ich gar nicht fragen, wo ist das, waren drei Rohrzuckerfabriken für Japan und auf Formosa gebaut worden und errichtet worden. Hier ist eine zeichnerische Ansicht von Formosa. Das ist natürlich, das weiß jeder in diesem Raum, das ist natürlich das heutige Taiwan. Wäre auch wieder ein Risikogebiet, wie ja überhaupt die Tatsache, die uns jetzt heute nicht interessieren braucht, aber dass ja ganz wichtige Produktions- und Absatzmärkte auch Russland und China sind, da kann man nur hoffen, dass das alte Glück der BMA auch weiterhin erhalten bleibt. Nach Formosa waren weitere Stationen 1910, Chabin in China, dann Spanien und Südamerika und trotz der Bedeutung der Zuckerfabrikation für den Zulieferer BMA ergänzte dann die Firma ihr Produktionsprogramm in mehrfacher Hinsicht. Man wollte sicher gehen, falls es Schwächen gab, es gab ja auch zwischendurch eine Zuckerkrise und anderes mehr. 1889 erfolgte die Aufnahme der Fabrikation von Anlagen für die Spiritus-Industrie. Die Herstellung von Spiritus-Fabriken und Brennereien wurde dabei sogar eine erfolgreiche Sparte der damaligen Produktionspalette der BMA. Mit dem ersten Preis für Brennerei-Apparate auf der Weltausstellung in Chicago, 1887 war das diese große Weltausstellung in Chicago, wo ja für die Fabrikation die BMA eine Goldmedaille bekam. Für künstlerisches Schaffen bekam ein Braunschweiger Künstler eine Goldmedaille und der hatte dort aus der Weltausstellung in Chicago den Heinrich vom Heinrich-Brunnen dargestellt. Also den Heinrich-Brunnen als Modell dort eingeführt, den Sie heute noch sehen können. Wer aber weiß das eigentlich überhaupt noch, wie weit wir zu dieser Anerkennung und dieser Ehrungen teilweise hatten und erleben durften. 1904 stellte... Nein. Diese Weltausstellung war da zugleich ein großer Schub für den Export. Auch diese Anlagen dann nach Schweden, Spanien, Russland, Amerika. 1904 stellte man Zusätzeinrichtungen für die Stärke- und Stärkezuckerindustrie her und baute Extraktions- und Entfettungsanlagen. 1931 schließlich wurde noch die Gießerei der Brunswieger Rechenmaschinenwerke mit Personal und Maschinen vollständig übernommen, nachdem bereits 1928 der Dampfmaschinenbau der Hannomag, Hannover, eingegliedert worden war. Also nicht die BMA bei Hannomag eingegliedert, das würden die mit Sicherheit gerne erzählen, sondern umgekehrt, die Hannomag war bei der BMA eingegliedert. Aber das hören Sie dann wieder nicht so gerne. Diese Erweiterungen haben Grundlagen geschaffen, deren Auswirkungen, man kann sagen, bis in die Gegenwart erfahrbar sind. Die BMA war zwar der älteste und größte Betrieb der braunschweigischen Maschinenbauindustrie, dennoch wurde sie dann Ende der 1920er Jahre in den Strudel der allgemeinen wirtschaftlichen Rezension und der Inflation hineingezogen. Da braucht man jetzt die politischen Gegebenheiten nicht näher zu erwähnen. Sie alle wissen, der Schwarze Freitag und alles, was sich entwickelt hatte, das konnte nicht gut gehen, auch für eine Firma mit dieser globalen Verantwortung und den im Wesentlichen auch globalen Investitionen und anders mehr. Der Hauptaktionär damals, die Firma Ralf, Bethke und Giesecke in Kleinwandsleben, verkaufte daraufhin, hier haben wir Herrn Ralf, Bethke, verkaufte daraufhin die Mehrheit der Aktien an das Bankhaus Gumpel in Hannover. Hier haben wir den Kommerzenrat Julius Gumpel. Das war ein bedeutendes Bankhaus seit dem 18. Jahrhundert in Hannover, ein Handelsunternehmen, später Privatbank, aber auch wieder ein Familienunternehmen, das dann natürlich in der Nazizeit liquidiert wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Dennoch blieb, trotz dieser Wechsel der Investoren, sage ich jetzt mal ganz bewusst mit modernen Begriffen, blieb die Lage kritisch und es bedurfte einer entschiedenen Intervention der Braunschweiger Banken, um mittelfristig eine Chance zur Sanierung der BMA zu ermöglichen, da die Firmenpolitik der Hannoveraner die Existenz der BMA zu ruinieren drohte. Mit der damals, mit der Deilmann-Bergbau GmbH als Mehrheitsaktionär ab 1940 ging es dann wieder langsam aufwärts, als mit dem Zweiten Weltkrieg erneut tiefgreifende Veränderungen auf die BMA zukamen. Es war die Zeit, in der in einer Person beide Elemente sich vereinten und dann nach 1945 sowieso auch politisch und sogar in der Geschichte der IHK vereinten und vermittelten. Das war nämlich die Tatsache, dass ein Vertreter von Deilmann, ein Direktor von Deilmann, zugleich dann zuständig für die BMA gewesen ist, geworden war und wie man das alles so nennen will und gegen Ende des Krieges sogar insgesamt die Leitung des Werkes übernommen hatte. Man hatte diesen Übergang dieser Krisenzeit, die jetzt durch den Zweiten Weltkrieg kam, im Wesentlichen dadurch überbrücken können, dass die herkömmliche Produktion weitergeführt, aber gleichzeitig verstärkt auch Kriegsproduktion umgestellt wurde. Der Vertreter damals sowohl für Deilmann als auch für die BMA, der Geschäftsführer der Erdölgesellschaft Deilmann in Dortmund, das war niemand anderer als Dr. Hans-Christoph Seebaum. Der ist maßgeblich ein Vertreter, den man auch durchaus wirtschaftlich betrachtet, positiv für die BMA benennen darf. In der Forschung gibt es jetzt so wieder die üblichen Diskussionen, Wer überhaupt 45 tätig war und danach noch gelebt hat, der muss Nazi gewesen sein, so ungefähr habe ich das mal gehört, den Spruch, das ist wahnwitzig, und anderes mehr. Die eine Hälfte der Forschung sagt, er ist im Grunde nicht systemrelevant aktiv gewesen, auch nicht in der Frage der Arisierung. Andere sagen, er wäre ein großer Arisierer gewesen, können aber die Belege nicht so eindeutig bisher belegen, darlegen. Also über diese Frage wollen wir nicht sprechen. Er ist aber 54 sogar für diese Leistung auch als Präsident der IHK von der Stadt noch gewürdigt worden. Er war nämlich einer der Ehrenbürger unserer Stadt. Ehrenbürger, ein interessantes Thema überhaupt. Darüber haben wir im Moment im Institut ein größeres, längeres Forschungsprojekt. Wir wollen mal ein biografisches Lexikon aller Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger in Braunschweig erstellen, dass man dies überhaupt seit 1838 bis heute, einschließlich der aberkannten Ehrenbürgerschaften, die ja natürlich nur Symbolcharakter haben, denn diejenigen, die 45 die Hinrichtungen oder auch die Selbstmorde nicht überlebt haben, die hatten da bereits ihre Ehrenbürgerwürde verloren. Den Ehrenbürger kann man nur sein bis zu seinem Tod. Aber es wurde ja formal, Sie wissen das selbst, für Hitler und all die anderen, die Aberkennung früh in Braunschweig gemacht, was sehr zu begrüßen ist. Aber von 1947 bis 1963 war eben Siebohm nicht nur auch Minister im schönsten Amt der Unfähigkeiten, nämlich Verkehrsminister. Er war auch Präsident der Industrie- und Handelskammer in Braunschweig. Und er musste dann kurz vor Kriegsende eben auch das miterleben, woran er im Gegensatz eben immer aufbauend gewirkt hatte, nämlich die Zerstörung des Werks. Hier in einer Zeichnung, ein Teilzerstörung und dann in einer Aufnahme real der Südflügel nach der Zerstörung. Daran sieht man eigentlich erhebliche Schäden. Dass dann auch noch die Nachkriegsbehinderung des Wiederaufbaus auch die BMA traf, das ist leider Gottes auch nicht aus der Welt zu schaffen. Nämlich zum einen waren ja die Bombenangriffe der Alliierten. Das Werk selbst war 18 Mal Ziel der Luftangriffe, was im Wesentlichen nicht an seiner Produktionsstrategie und Bedeutung lag. So bedeutend war Zuckerindustrie nicht für den Krieg und für die Nazis, sondern das lag daran, dass es das nächstgelegene große Werk am Hauptbahnhof gewesen ist. Das ist der Hauptgrund. Zum 100-jährigen Jubiläum hat man damals geschrieben, dann schon etwas später, zwischen Trümmerbergen und Bombentrichtern standen die wertvollen Maschinen unter freiem Himmel und verrosteten. Die Dächer waren fast sämtlich abgedeckt, große Teile der Werkshallen lagen in Schutt und Asche. Die gesamte Vorderfront war niedergebrannt und sämtliche Kräne lagen von ihren Schienen heruntergerissen zwischen den Schuttbergen. Dennoch gelang trotz vieler Widrigkeiten der Wiederaufbau, und zwar besser als in vielen vergleichbaren Betrieben in Braunschweig, das ganz zweifelsohne ein echter Verdienst von Dr. Hans-Christoph Seebohm, den ich ja nun schon einmal vorgestellt habe. Die politischen Gegebenheiten der Zeitgeschichte hatten jedoch gegen den Standort Braunschweig entschieden. Verlust von Blankenburg, Wegfall des regionalen Einzugsbereichs im Osten und die immer dichter werdende Zonengrenze verhinderten das Klima. Und natürlich wurden die Abgrenzungen gefordert. Wir haben ja hier dieses, also von hier hinten das zu zeigen ist also immer fürchterlich. Wir haben hier natürlich diese Beispiele sehr schön und deutlich. Braunschweig, Wolfenbüttel bei Helmstedt ist dann Ende. Und das alles war in den Osten hinein bis Richtung Halle über anderthalb Jahrhunderte und auch früher seit dem Mittelalter ein wesentlicher Absatzmarkt. Braunschweig hatte nie einen Absatzmarkt nach Westen. Und man darf das jetzt nicht sich irritieren lassen, wenn wir sagen, die BMA war aber global agierend. Das nennt man ja heute, da wir ja nur noch Deutsch sprechen, heißt das Global Player. Das verstehen wir ja alle nicht, als wenn es ein Spiel wäre. Nein, es war ein großer, globaler Betrieb schon damals, aber das heißt nicht, dass eben auch die Regionalen, wie zum Beispiel dann auch für die Konservenindustrie, alle 50 Fabriken sind fast eingegangen, weitestgehend eingegangen, nämlich die, die ihre Hauptauslieferung Richtung Behörde und Richtung Halle hatten. Die Abgrenzung einer jetzt unattraktiven und verkehrsmäßig offenbar ungünstigen Randlage im Osten der Republik ist nicht zu verleugnen. Nicht in der BMA, ich sage das jetzt mal schon als Werbung, macht ja diese AG Kulturtechnik ja auch immer. In Kürze ist im Institut für Braunschweig Regionalgeschichte ein Vortrag über die Geschichte des Verkehrsvereins in Braunschweig. Braunschweig, 120 Jahre etwa, ist er inzwischen alt. Es gibt ihn ja noch, ich darf Sie da alle zu einladen. Da werden Sie manche dieser Bemühungen nach 1945, Braunschweig wieder in das Gesichtsfeld von Touristen zu rücken, erfahren können. Und da zeigt sich ganz deutlich, es gab zwei wesentliche Säulen. Im Naherholungsbereich kamen die Berliner. Meist bis Helmstedt und an den Ostrand des Harzes. Im Fernerholungsbereich kamen die Nordländer. Schweden, Norwegen, Finnland. Die rückten hier durch, da gab es noch nicht diesen Umweg über Hannover, sondern das war eben über Braunschweig. Dann blieben die zum Teil im Harz, gingen aber auch etwas weiter. Und die dritte Säule war tatsächlich der Weg, so weit nach Osten zu gehen, wie man wollte in der Ferienzeit. Und das waren die Niederländer. Und das war damals ein Kulminationspunkt am Burgplatz. Und gegenüber dem Schloss, damals Ruin, aber gegenüber dem Schloss, da stand nämlich der Pavillon des Verkehrsvereins. Das war ein privater Verein, den es eben wie gesagt heute noch gibt. Ich bin Vize-Vorsitzender, das nur nebenbei. Diese Entwicklung, diese Niederlage sozusagen in der Entwicklung, schwieriger als nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja auch die Phase der weltweiten Wirtschaftskrise der Weimarer Zeit vieles verändert hat, haben aber die Folgen des Zweiten Weltkriegs die Wirtschaftsstruktur der Region Braunschweig grundlegend geändert. Das Industriezentrum war mit seiner Zonenrandlage von etwa 60 Prozent seiner ursprünglich im Osten gelegenen Bezugs- und Absatzmärkte abgeschnitten. Besonders betroffen waren eben, wie schon erwähnte, Nahrungs- und Genussmittel der Anlagenbau, sodass zum Beispiel 50 Konservenfabriken schließen mussten. Hindern wirkte sich auf eine Vielzahl der Betriebe wie Büssing, Kageshammer, Lutherberge, Salzgitter AG und anderes, die unklare und undurchsichtige Demontagepolitik der Siegermächte aus, sodass nur zum Teil die Produktion beginnen konnte. Wie sehr so etwas übrigens beeinträchtigt hatte, kann ich an einem anderen Beispiel nochmal deutlich machen. Blankenburg gehörte ja zu Braunschweig. Blankenburg war vorgesehen, nach dem Krieg wieder zu Braunschweig zu gehören. Die Grenze sollte anders verlaufen. Aber die Engländer, die Alliierten, hatten am Kraftwerk hinter Helmstedt das große Kraftwerk Interesse. Und es wurde ihnen von den Russen signalisiert, dort hätten sie Zugang zu dem Kraftwerk, wenn die Russen Blankenburg bekommen. Und dann wurde das entsprechend geteilt. So war das nämlich damals. Ich habe das vor einem halben Jahr, glaube ich, im Löwenmaul in der Braunschweiger Zeitung da mal geschrieben. Und es hatte eine ganze Reihe interessanter, teilweise auch überraschter Reaktionen dazu bekommen. Unter diesen Situationen, eben dieser unklaren Demontagepolitik der Siegermächte, hat eben dann die Produktionsentwicklung der großen Fabriken der Industrie letzten Endes auch gelitten. Die BMA war schließlich 1947 von dieser planlosen Demontagepolitik ebenfalls gravierend betroffen. Und kaum war man nach diesem Rückschlag wieder Besserung in Sicht, das sogenannte Wirtschaftswunder, setzte dann ein massiver Strukturwandel in der Industrie insgesamt und in der Region Braunschweig als Zonenrandgebiet im Besonderen ein, mit Verlust von Firmen und Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie. Sie wissen das alle. 1953 ging Brunswicker in Olympia auf. Die waren so verschlafen, dass sie zu spät gemerkt haben, dass es inzwischen Elektronik gibt, sodass dann Brunswicker mit Olympia untergegangen ist. Der Name hat sich erhalten. Vogtländer 72, nach vielen Demonstrationen war es auch zu Ende. Büssing will ich jetzt nichts darüber sagen. Da redet ansonsten immer, wenn der Name fällt, dann mein Freund Eckhard Fischer. Heute etwas anders in Niemo. Und andere stehen eben für diese über ein Jahrzehnt andauernden gravierenden Veränderungen sichtbar, die sowohl Braunschweig als auch die gesamte Region betroffen hatten. Ein zentrales Industriezentrum wurde nun Zonenrandgebiet und Krisenregion. Firmenschließungen, Arbeitsplatzabbau, Verlust natürlich, der Status einer Landeshauptstadt spielt auch eine Rolle. Dann der Wandel zur Dienstleistungsregion, aber auch zum Forschungsstandard Nummer 1 in Deutschland. Das sind dann die Kennzeichen der Entwicklung und Veränderung der letzten beiden Jahrzehnte in der Wirtschaftsregion Braunschweig. Die BMA und die Folgen, kurz skizziert, die Anfänge waren absolut in den Zeichen negativ. Der Wiederaufbau ging zwar zügig voran, bereits im Sommer 1945 hatte die Firma mit 300 Mitarbeitern die Produktion wieder aufnehmen können, aber unter größten Schwierigkeiten. Zunächst konzentrierte man sich auf Reparaturarbeiten und die bestehenden Zuckerfabriken wieder in Gang zu bringen. Es schien aufwärts zu gehen, das war aber ein Scheingedanken, nämlich, dass sozusagen die regionalen Zuckerfabriken, die waren ja alle jetzt notwendig, dass man sie wieder in Gang brachte, ganze Produktionsbereiche aufgrund abtransportierter Maschinen aber waren bei der BMA stillgelegt worden. Langsam setzte man dennoch den Wiederaufbau fort, blieb jedoch in der internationalen Konkurrenzfähigkeit noch geschwächt. Vorteil aber war der hohe Exportanteil an der eigenen Produktion. Der auch aufgrund des Kundenvertrauens schrittweise wiedergewonnen werden konnte und so die regionale Strukturkrise nicht zur endgültigen letzten Krise und Abgesang der BMA wurde, etwa im Gegensatz zu anderen Industriebetrieben in Stadt und Region Braunschweig. Ich hatte ja einige schon erwähnt. Die regionale Einbindung war insofern tatsächlich von Vorteil beim planmäßigen Wiederaufbau, da die meisten Zuckerfabriken von hier aus direkt erreichbar waren und ohne die BMA ihre Produktion nicht mehr hätten realisieren können. Aber das war natürlich nur der kleinste Teil. Ich sagte ja schon, 85% ist Export. Aber wie will man aus einer Region den internationalen Export zu dieser frühen Zeit in Gang setzen, wenn man ja sozusagen eine deutsche Firma ist? Und für den Großteil der Alliierten war man ja die Feinde. Da kam ein Vorteil letztlich dann hinzu. Nämlich die Tatsache, dass plötzlich mit dem Kalten Krieg und der Entwicklung der frühen 50er Jahre aus den ehemaligen Feinden oder aus den ehemaligen Freunden Russland jetzt die Feinde wurden und da brauchte man als Poller wieder Freunde und die ehemaligen Feinde Deutschland wurden jetzt Freunde. Und jetzt war dann der Markt zumindest, der außerrussische Exportmarkt war wieder geöffnet. Und da ja nun China als rückständiges Land damals überhaupt dankbar war, wenn man auch dorthin etwas unternahm, war sehr schnell auch diese globale, mit einigen Lücken, Entwicklung dann geschaffen worden. Die regionale Struktur wurde zur neuerlichen Grundlage globaler Wirtschaftlichkeit, denn mit der Stärkung im Wiederaufbau durch das regionale Netzwerk wuchs die Konkurrenzfähigkeit weltweit seit Anfang der 1950er Jahre wieder. Man hatte 1949 übrigens auch das Dippewerk in Schladen als zweites Werk der BMA angegliedert und damit eine Ausweitung der Produktion durch den Bau von Apparaten und vollständigen Anlagen für die chemische Industrie ermöglicht. Bereits zum 100-jährigen Bestehen 1953 konnten die Chronisten vom Wiederaufbau-Wunder der BMA sprechen, denn die Produktion hatte sich gegenüber den Vorkriegsjahren verfünffacht und etwa 1.000 Beschäftigte waren im Berg tätig. Auch die ausländischen Märkte konnten wieder gewonnen werden und durch technologische Innovation war die BMA sehr schnell wieder und weiterführend auf dem Markt der Zuckerfabrikationsanlagen. Ein Beispiel habe ich einfach nur zur Ansicht mitgebracht, die drei Diffusionstürme der Zuckerfabrik in Jülich. Daneben waren es dann die Länder wie Chile, selbst Russland, Pakistan, der Sudan, Griechenland, Rumänien, Marokko, der Iran, die USA, die Philippinen und alle europäischen Staaten, die Industrie und Landwirtschaft hatten, waren und sind nicht nur bestimmende Absatzgebiete. Zum 100. gab es mal eine sehr schöne Übersicht. Da sieht man, all da, wo die weißen Punkte sind, dort standen damals, jetzt vor 1953, standen damals Fabriken der BMA aus Braunschweig und wurden jetzt zum Teil wieder aufgebaut oder auch neu gebaut. Und selbst die Russen haben damals die Situation positiv bewertet, dass die BMA wieder Angebote und Investitionen auch dort gemacht hat. Und zwar aus dem einfachen Grunde, das Know-how, wieder ein schönes neues deutsches Wort, das Know-how dieser Gegebenheiten war nirgendwo anders, auch in Russland nicht vorhanden. Man brauchte die BMA und sie hat es zu leisten gewusst. Das ist im Grunde einer der schönsten Beispiele und Belege für die globale Vernetzung des Standortes Braunschweig durch die BMA. In der europäischen Wirtschaftsgeschichte des zweiten Hälften des 20. Jahrhunderts stellt daher aus meiner Sicht die BMA ein Musterbeispiel jener Industrieentwicklung dar, die das Ausland stets als deutsches Wirtschaftswunder bezeichnet hat. Beispielhaft die BMA ebenso für Struktur- und Produktionsveränderungen, wie eben auch sie die Globalisierung bedingte. Was war das alles? Nur andeuten. Ich darf das ja jetzt nicht mehr ausführen. Barco-Filter-Technik 1962, Starosa-Maschinen- und Apparatebau erweitert 1972, Übernahme der Firma TAK Trocknungsanlagengesellschaft in Berlin 1977, zeitgleiche Beteiligung in Südafrika, Spanien, den USA. Notwendiger Strukturwandel und Anpassung an neue internationale Märkte war damit gelungen. Unserem 125-jährigen Bestehen konnte man 1978 die wichtigsten Kennzeichen so formulieren. Sechs Punkte. Einstellungen auf einen verschärften internationalen Wettbewerb mit zunehmenden Risiken. Stärkung der Marktposition durch technische und technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel BMA-Extraktionsanlagen für Zuckerrüben und Zuckerrohr, die Braunschweiger Saftreinigungssystem 65 damals, sowie kontinuierliche und vollautomatische Zentrifugen. Das Dritte. Ich sage das in dieser Kurzzeit, weil ich weiß, dass die meisten von Ihnen alle damit etwas technisch anzufangen wissen. Ausweitung des Lieferprogramms zur Verbreiterung der Basis und zum Ausgleich von Kapazitäten, Saisonzyklen und Beschäftigungsschwankungen, wie sie in Großanlagenbau auftreten, war ein Punkt. Dies geschah auf dem Arbeitsgebiet in Anlagenbau, der chemischen Verfahrenstechnik, allgemeiner Apparate- und Maschinenbau und in der Flughafensystemtechnik. Sehen Sie, jetzt müsste ich das bald fertig sein. Ich habe noch, wenn ich recht weiß, noch zehn Minuten. Das will ich ihm jetzt nicht antun. Die Intensivierung des Vertriebs, Vergrößerung des Engineering-Service-Angebots, Qualitätssicherung der in den Werkstätten hergestellten Erzeugnisse und Beschränkungen auf hochwertige, arbeitsintensive Produkte, Straffung der Ablauforganisation und Erhöhung der Effizienz. So die wichtigsten, eingebunden in die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der damaligen Zeit, die sich natürlich auch rasch änderten. Aber die BMA war zwar davon nicht unberührt, aber sie hat diese verschiedenen Entwicklungen der Wirtschaftskrisen weltweit gemeistert. Beim Anlagenbau in der Zuckerindustrie, zwar Einschränkungen, deswegen Personalabbau, wir kennen das ja, aber neue strategische Partnerschaften, Beteiligungen mit Magui in Frankreich, mit früheren Stil in den USA, enge Bindungen zu den Niederlanden, die dann später ja wieder geschlossen werden mussten, vor ein paar Jahren zur Rettung des Standortes Braunschweig. Mehrheitsaktionärin war die Deilmann-Montan-GmbH, also das, was Seepoam ja mit einbrachte, und vieles andere mehr. Das ich ja jetzt schon mal kurz angedeutet oder deutlich gemacht hatte. Die BMA-Gruppe hatte damals in ihrem Jubiläumsjahr zum 150-Jährigen mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt und war durch Repräsentanzen sowie ihr Vertretungsnetz weltweit vernetzt. Dass diese weltweiten, auch durch politische, wirtschaftliche Prozesse, Risiken auftraten, war auch für die BMA durchaus etwas, was sie meistern musste. Aber sie hat es meistern können, man kann ja nur mal so als kleines Beispiel auch sehen, das ist zwar jetzt neueren Datums, 2005, wie riesige Teile einzelner Anlagen, in diesem Falle also, waren es Schnitzelpressen und Verdampfer beim Verladen, das war ja dann in der Zeitung breit dargelegt, eben zum Hafen, und das ging dann nach Algerien und zur Südzucker AG nach Ochsenfurt. Das sind so zwei typische Beispiele. Eigentlich bietet Braunschweig dafür für die BMA eher Schwierigkeiten, denn die Größe der Anlagen insgesamt, es gibt ja noch viel mehr Beispiele, die ist ja so, dass sie kaum noch von hier transportiert werden könnten, aber sie werden immer genial in irgendeiner Form, entweder über Wasser oder über Tieflader, sie werden immer geschaffen und sie gehen eben von hier aus weltweit, außer da, wo vor Ort letzten Endes dann auch Produktionsstätten bis in die Gegenwart es gegeben. Im Jubiläumsjahr 2003, nur als Beispiel einmal von der BMA, der Wirbelschicht Verdampfungstrockner, ups, der ist verloren gegangen, ja, der ist verloren gegangen, vielleicht kommt er irgendwann wieder, der in Uelzen, der war der Nordzucker, damals als ganz wesentlich für die Pressschnitzeltrocknung geschaffen wurde, mit einem entscheidenden Vorteil, der für den Ansatz der Wirbelschichtverdampfungstrocknung gegenüber der konventionellen Hochtemperaturschnitzeltrocknung eben spricht und immer noch für heute auch, nämlich die über 90%ige Rückgewinnung der zugeführten Energie. Irgendwann wird auch einer entdecken, dass über diese Wirbelschichtverdampfer der BMA vielleicht dann auch ganz ohne Gas Wohnungen und Häuser geheizt werden könnten. Da wollen wir mal sehen, warten wir es ab. Oder eben auch ein Beispiel von 2006, wenn ich das Bild jetzt hier habe, vielleicht klappt das wenigstens, nein, das klappt auch nicht. Das sind diese Veränderungen zu dem, was ich vorhin sagte. Macht aber nichts. Wir haben natürlich in den letzten Jahren nach dem 150-Jährigen auch durchaus Schwierigkeiten. Es gab einmal als Teilmann, als Investor, beziehungsweise als Gesellschaft der Ausdraht, hat dann eben Dr. Mayer als Manager auf der einen Seite, aber dann als eigener Gesellschafter die BMA übernommen. Und Sie sehen ja auch hier, 2016 wurde dann plötzlich in der Zeitung, der Umsatz der BMA bricht ein. Und die Zeitungsnachrichten, die sind ja nie so, dass Sie sagen, wir können daraus lernen und das so und so machen, sondern Sie sagen immer erst, ja, das ist vielleicht das Ende. Und dann fragen Sie auch die Leute so, als wenn die das dann bestätigen könnten. Es gibt so verschiedene Beispiele, hier ein Jahr, Tiefschlag, aber blickt dann die BMA wieder nach vorne. Es gab dann entsprechende neue Investoren, die ich jetzt nicht mehr weiter aufführen möchte. Der Zusammenschluss, der erste, der eben erfolgte, war dann die SMAG, die die BMA übernahm. Also Salzgitter war dann an der Spitze mit Dr. Mayer und der BMA. Das war 2018. Der Schritt war dann vor der Insolvenz, die ja nicht zuletzt durch eine äußerst unglückliche Geschichte in Amerika fast vor der Tür gestanden hatte, auch abzuwenden. Das heißt, die Ingenieurleistung Made in Germany, mit der die BMA immer wieder auch wirbt, die ist letzten Endes aufgegangen, auch mit den Projekten und auch den Darstellungen der modernen Zeit. Und man weiß eben USA, China, Tunesien, Russland, Brasilien, Aktivitäten in mehr als 80 Ländern, Mitarbeiter aus über 25 verschiedenen Nationen stehen dafür. Die Internationalität ist hier Alltag. Und was im sozialen Alltag auch geleistet wird, das sei jetzt einfach offengelassen. Aber das ist geradezu vorbildhaft. Und das Portfolio, was die Produkte angeht, Ach, hier haben wir ja übrigens jetzt diese, ich denke, das Uelsner, das war jetzt natürlich zu spät gekommen, macht aber nichts. Hier dieses Beispiel, dieser riesige Turm, der damals eben diese Stärke für die Stärkefabrik da gebraucht wurde. Da standen ja die Braunschweiger und wunderten sich, was bei der BMA da in die Höhe wächst. Das gehörte jetzt noch davor. Das ist nochmal dieses Beispiel der selbst darstellenden Produktportfolio-Geschichte. Da erkennt man vieles von dem, was früher war. Auf der einen Seite viele Dinge sind, wenn auch mit anderen Begriffen, einfach beibehalten worden. Eines der wichtigsten eigentlich, das war der Surfer, Surfbegriff. Das heißt, die Dienstleistung. Eine Fabrik oder auch Maschinen, die man von Braunschweig aus geschaffen hatte, mussten jederzeit und innerhalb vertretbarer Zeit vor Ort betreut werden mit den Fachleuten von der BMA. Oder es mussten auch eigene Konzepte entwickelt werden, die weltweit Gültigkeit hatten, die andere schlichtweg nicht schaffen konnten. Das letzten Endes, da hat man an zwei schönen Beispielen, kann man das kurz sehen, zum einen hier in Jingjing, in Peking, diese BMA-Anlage zur Zuckertrocknung und Kühlung 2021. Also jetzt schon in unserer Gegenwart. Das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber wir sind jetzt tatsächlich schon auf der Stadionrunde auf der letzten 100 Meter angekommen. Als die Entwicklungen noch einmal kritisch wurden, ist jetzt mit einem neuen Kapitalpartner, Auktus im Grunde genommen wieder eine neue Zukunftsperspektive, ganz vor kurzem geschaffen worden. Die damals sagten, wir sehen mit BMA einen innovativen Technologieführer mit einer langen Tradition und möchten gemeinsam mit Management, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden auf dem Fundament der beschriebenen Stärken die Marktposition ausbauen. Was die Kapitalgeber angeht, für einen Laien, der sowieso mit Geld nicht umgehen kann, weil ich immer nur Bücher kaufe, kann ich nur sagen, Auktus gilt als die Nummer 1 auf diesem Markt in Deutschland schlechthin. Also einen stärkeren Partner konnte man sich für die weitere Zukunft jetzt neu geschaffen, mit BMA-Anlagen, die weltweit einen erheblichen Beitrag auch zur Sicherung von Lebensmittelversorgung, Steigerung von Energie- und CO2-Effizienz in der Zuckerindustrie und vielen anderen mehr an Innovationen, quasi aus dieser Geschichte, die ich dargestellt habe, in weit über 400 Gesamtfabriken in allen Agrarregionen, Asens in Afrika und wo auch immer, selbst Australien an der Küste, ist die BMA vor Ort tätig. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer natürlich im Detail noch manches erläutern. Ich hoffe aber, für so einen Abendvortrag bei dieser Hitze und in dieser großen Zahl, da merkt man ja das Interesse und ich glaube, das Interesse war nicht an meinem Vortrag, sondern einfach noch einmal kompakt etwas zu hören, zu diesem, wie ich meine, ganz wesentlichen Element der braunschweigischen Wirtschaft, aber auch der Stadtgeschichte, der Landesgeschichte und das ist meiner Ansicht nach eben die braunschweigische Maschinenbauanstalt als älteste Industriefabrikationsanlage in Deutschland oder zumindest in Norddeutschland. Hier ist der Oman übrigens gerade im Gange, soll 2023 fertig werden. Da lässt sich im Grunde genommen das deutlich machen und sagen, was mir so die Herzensangelegenheit ist. Aber natürlich, Eckhard Fischer, jetzt ist er schon ganz unruhig, er will jetzt ran. Ich mache das Pult frei. Ich bremse mich, ich höre einfach auf. Wenn noch mal Fragen sind, wir können auch mal irgendwann noch einen zweiten Vortrag dazu machen. Schönen Dank, schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Biegel. Das war eine kleine, knappe Stunde. Wirklich interessantes Thema, die BMA haben. Sie haben vollkommen recht. Wir werden noch mal im nächsten Jahr das Thema wieder neu aufgreifen. In der kurze der Zeit war das ein richtig toller Vortrag. Ich weiß, ich habe Sie sehr eingebremst. Vielen, vielen Dank. Sie bleiben uns ja heute Abend auch noch ein bisschen länger dabei und wenn nachher noch Fragen sind, können Sie mit dem Herrn Biegel sicherlich direkt noch Fragen klären. Die Fragerunde müssen wir jetzt einkürzen. Aber Sie müssen eine Pause machen für die armen Leute. Wir machen jetzt, natürlich. Wir machen jetzt einen kurzen Break. Das war wieder Deutsch. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir machen das auch im Internet, eine kurze Unterbrechung. Der nächste Vortrag wird vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten später beginnen. Der ist konsequenter als ich. Der hält seine Zeit. Und ich freue mich, wenn Sie alle bleiben und auch Sie im Internet das neue Video mit anstarten. Vielen Dank für heute Abend, für jetzt und bis gleich. Vielen Dank, Herr Biegel. Vielen Dank. Vielen Dank.